Hi Serkan. Hi Danusch, was darf ich heute für dich tun? Mein Bart ist ein bisschen Katastrophe, sieht man ja. Und ich weiß nicht ganz was und vor allem nicht wie ich es machen soll. Also ich würde es eigentlich mit dem Rasiermesser heute machen wollen. Bloß wenn du es zu Hause machen möchtest, um Hautirritationen zu verhindern, würde ich dir den Philips OneBlade empfehlen. Also Danusch, mit dem Philips OneBlade kannst du in jede Richtung ziehen, ob nach oben oder unten, es gibt keine Hautirritationen. Ich zeig dir das mal. Und das ist kinderleicht. Versuch es mal bitte selber. Hey, hast du sehr gut hinbekommen? Ich würde jetzt sagen, wir fangen oben an mit der Kontur. Dreh den Philips OneBlade einfach um, dann kannst du bessere Konturen erzielen. Super. Hast du sehr gut hinbekommen? Jetzt versuch es mal mit der anderen Seite. Du kannst es auch so lang halten und auch mit der Kontur. So, genau. Sehr gut. Also es ist immer sehr wichtig, dass man vorher die Haare stutzt und dann im Nachhinein die Kontur einsetzt am Nacken. Okay, perfekte Styled. Danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal auch selber hin. Machen wir. Bis zum nächsten Mal auch selber hin. Bis zum nächsten Mal. talking about Drei Mom zu SCP-TEUB und dann ist hier beibergeist Um von haben, zu diesem und zu dem die Ostern bzw.